Servus Leute, heute gibt es zwei Szenen bzw. Raids auf Woods und da bin ich unterwegs und mache die Quest Return the Favor für den Lightkeeper. 15 PMC-Kills rund um den Sniperberg auf Woods und ja, war ein bisschen was los und habe ich ja nicht so oft Woods, deswegen habe ich euch die zusammengestellt, war unterhaltsam und viel mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live of Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr noch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß. So, kaboom, kaboom. Rota, vielen lieben Dank für die 311 Bits, danke fürs Ding 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 und den Support, weiß ich zu schätzen, auf die Socken, ja. Danke dafür. Ey, Panik, Servus, leh. So, ich mache jetzt nach vorne schnell mal ein Ledex klar und dann gehen wir. Oh, Sturi ist da. Get out, Grizzly. So, nice, genau. Wie läuft's? Ganz gut. Ich hoffe, bei dir auch. Also, ich mache jetzt nach vorne. Stopp. oh shit brauche ich doch nicht hier man hat halt eiskalt einen riesen rucksack dabei drei wochen urlaub vorbei ist es mit urlaub der ist hin und wieder vorbei so spauer StephanieMZG Vielen Dank für den Follower. Willkommen. Oh. Seht ihr das? Da ist gerade einer hochgehüpft. Stummikill? Ne, 15 Kills. Der ist nicht tot. Scheiße. Ah, ich weiß nicht, wie der Bullet Drop von dem Scheißding ist. War es eigentlich nicht so weit. Er hat aber auch nicht geschaut. Ich dachte eigentlich, ich habe genug drüber gehalten, aber irgendwie... Die Waffe hat ein bisschen mehr Drop. Fuck, ey. Hätte ich eine DMR oder eine Bolt Action gehabt, easy peasy. Ist ein Feierabend gewesen. Dafür suckt die MK16. Das ist wohl wahr. Das Problem ist, da hoch zu... Da hoch zu hüpfen, wenn der jetzt da ist, ist halt auch scheiße. Natürlich kriege ich jetzt auch Range Kills, ne? Ah, hinten ist auch hinter Party. Komm. Komm. Wir gucken auf, komm. Das war's. Das ist zu weit weg. Ich will den halt da oben, ne? Eigentlich muss ich schon hochpushen. Zwei. Okay. 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 Ich wollte mich nicht heilen, das war verdrückt, ey. Ich wollte mir einen Pankiller geben. Drei. Drei. Okay. 15 Kills auf Wurz. 15 Kills hier rund um den Sniperfelsen. Für einen, äh, für einen Radkeeper. Kann man sich hier mal kurz hinlegen, so keiner sieht. Ja. Ja. Dingo. Danke schön für den Prime im 17. Wir kommen zum Bravo-Falle. Danke, dass ihr Prime im 17. Wie geht's? Servus. Schön, dich zu sehen. Okay. 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 Shit, wie komm ich jetzt hier runter? Oh boy Oh boy Weiß nicht wo sie sind Blut hier? Okay Darüber sind sie Oh man Beide hier Keine Net mehr, das Problem Die wissen, dass ich hier bin Es sind zwei, mindestens Ich glaub sie sind unter mir Oh mein Gott, die hocken da ja noch garantiert Oh boy Weiter gerannt Scheiße Wo sind die? Die sind Richtung Exit Ey, die sind einfach weggerannt von mir Mann Das hab ich nicht gehört Herr Lupe, vielen Dank für das Foto bekommen Das ist halt das Problem, denn du weißt nicht Weißt nicht, doch ich muss outskirts, okay Wir können die oben noch schnell looten Du weißt nicht, ob die wegrennen oder auf dich warten Du musst davon ausgehen, dass sie warten Und wenn sie halt rennen Und wenn sie halt rennen, dann Ja, sind sie halt weg Scheiße, das wären hier 4 Kills gewesen Das hat rennen so an sich Ja, ja I know Fuck, ey Das hätten 4 Kills sein können 5 Kills Wenn ich den oben noch gesnipet hätte Ich bin hier Ja, ich bin hier Ich bin hier Der Dude. Hier muss er liegen. Hä? War ich den gekillt? Der muss irgendwo hier sein. Nicht doof? Wo ist der? Da war er. Nicht doof? Wo ist die scheiß Leiche, ey? Hier habe ich den irgendwo abgenommen. Hier. Hm. Oh ja. Bleibt er liegen. Was ist der hier? Hä? Bin ich doof? Ich war hier gesessen. Habe ihn hier abgeknallt. Hier. Da ist er. What the fuck, man. Schwere Geburt. Gut getarnt auf jeden Fall, der Kollege. So wie ich es sicher. Ich bin hier. Ja, im Moment tendiere ich echt zu Lightkeeper-Quests, ne? Hm, nichts gescheites, ne? Na, lauf, vielleicht treffe ich dich gleich noch. Ja, hier brauche ich den Kill nicht. Hast du ihn auch endlich? Nein, jetzt geht's echt, Kodiak. Ja, ich schau wieder links, was gehört. Sniper-Scape, den lassen wir mal als Indikator stehen, falls da einer hochgeht. So, hier in dem Bereich soll es jetzt eigentlich schon zählen. Oh, 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 ganz weiter weg. Shit. War gar ne Scheiß-Situation, weil ich nicht nach rechts ausweichen konnte. Könnte sein, dass das der war, den ich gesehen habe. Wenn er einen Scaffback bei hat, dann war er es wahrscheinlich. Ja, das war er. Hat sich gelohnt. Ja. 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 Hier ist der Hotspot so, ne? Oh ja, da hüpft einer oben drauf rum. Kacke. Hier geht es gerade erst runter looten. Okay. Gehen, looten, komm. Okay. Nummer zwei. Wo ist der? Oh, ganz da drüben. What? Ey, der kommt ganz da drüben runter. Geh, geh. Schon wieder. Oh, da mach's gut. Man sieht sich. Die auch noch. Danke. Okay. Oh Gott, wo kommt denn der runter, ey? Na. Oh, da hinten. Komm da. Der will ihn. Der will ihn. Oh, come on. Jetzt muss ich wieder Sprunggeräusch machen. Scheiße. Lohnt sich. Danke für den Primer 8. Willkommen zur Genauaufnahme. Danke für den Primer 8. Und so, wie geht's? Tarkov lohnt sich. Auch wenn... Also, weiße. Kacke. Oh. Boah. Boah. Muss ich raus. Ich hab den... Ey. Wieso spray ich im Ding? Muss ich auf jeden Fall raus. Tuzzles. Vielen Dank für den Prime 6. Danke fürs halbe Jahr. Willkommen zur Genauaufnahme. Danke für den Support. Danke, dass du Primer mir lässt. Weiß nicht zu schätzen. Sprayen im... Im Scope ist so eine Scheiße. Das mach ich nie wieder. Schlechteste Idee, aber. Uh. Er im Treffer. Ist der tot? Ich hoffe. Der ist nicht tot. What? Doch, er ist tot. Alter. Kortana. Dankeschön für den Tier 1 im 17. Wir kommen zur Genauaufnahme. Danke fürs Auslösen vom Hype Train. Auslösung sein Saved. Hat man schon. Danke fürs Support. Und Rapper, dankeschön für den ganz frischen Prime. Willkommen in der Abo-Falle. Danke, dass du Primer mir lässt. Und Servus. Wie geht's? Und Servus. Danke für den Halbstand auf Level 2, Leute. Das war auch der, auf den ich am Anfang geschossen habe. Ich muss hier auf jeden Fall mal weg und Ammo machen. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Save my gear, save my gear. Er ist auf jeden Fall hart gehittet. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ist er runter gesprungen? Let's go. Let's go, let's go, let's go. Jawoll. Save my gear, save my gear. Mein Gott, save my gear. Leute, danke für den fetten Hype-Train. Holy shit, ey. Sportana insbesondere. Es war garantiert der, der mir gegen den Helm geschossen hat. Oder? Nee. Okay. Okay. Und Baby Born, vielen Dank für den Prime im vierten drittwichtigster Reset. Wir kommen zur Gnabofahle. Danke für das Wort. Ich kenne denem início auf Radio Edwards輪ösen. Bitch, ich kenne denрезacken. Ich kenne den Spiken. Ich kenne den ganzen Tag. Heraide cloth McDonald und sch simplify, Ich kenne den clothes. Ich kenne die Frage. Was? Ich kenne denください. Ich kenne die Frage. Mirja Mister Mars,